Jawohl, pünktlich zum Wochenende ist die Welt wieder in Ordnung, zumindest wenn man den DAX sich anguckt, er hat sich erholt, hervorragend, wunderbar und hat damit genau nicht das gebracht, was wirklich gefährlich hätte werden können, sagen wir es mal so, nämlich wenn wir hier irgendwann, das hätte jetzt nicht zwangsweise auf diesem Niveau passieren müssen, aber wenn wir wieder so weiter gelaufen wären, dann wäre nochmal eine Abwärtsbewegung nach unten sehr, sehr realistisch gewesen, aber verwechselbar war das mit dem, was tatsächlich passiert, ist ja nicht wirklich. Im Gegenteil, das macht Mut, sehr viel Mut sogar, das Ganze sieht so schön aus, dass man eigentlich sagen kann, wenn wir das mal so ganz grob jetzt hier mal so nachzeichnen, die nächste Korrektur, die klingelt zum Einstieg für die Fortsetzung nach oben, aber dafür ebenfalls eben wieder wichtig, dass es dann eben auch eine Korrektur, also irgendwie was ABC-mäßiges beispielsweise ist oder wackelig wie hier, nur halt in die andere Richtung, denn das ging ja nach unten, wenn das hier wackelig nach unten geht, dann nach oben, also alternativ auch natürlich so eine ABC. Beste Voraussetzung also, dass tatsächlich das übergeordnete Bild jetzt diese Korrektur fertig gemacht hat. Vorsichtig, noch kein Versprechen, aber das, was wir hier jetzt sehen, ist bis jetzt super. Ja, also Herz aller Liebst das Ganze, so muss das Ganze aussehen, um richtig super schön zu sein. So, jetzt wissen wir, die Welt besteht nicht aus Deutschland alleine, es gibt auch noch Amerika und da gab es heute Zahlen, 14,30, eben gerade gab es Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen, die Retail Sales und die sind sehr mau ausgefallen. Klar, dass das Vorniveau nicht gehalten werden kann, 10,7 Prozent, das war jedem klar, aber ein Prozent hatte man sich doch erhofft, was ist daraus geworden? Nix, eine Nullrunde. Klar, steigende Preise sind da nicht wirklich hilfreich, was das angeht. Wir haben bei den Core Retail Sales also sogar noch mal einen kleinen Rücksatz ohne Energie und Lebensmittel, ist das also leicht sogar noch zurückgegangen. Ja, das hilft nicht wirklich, wenn man das mal so im Groben anguckt, aber so ist es halt aktuell. Heute Nachmittag ist noch mal wichtig, um 16 Uhr, der Michigan Consumer Sentiment Index, der ist nicht so schlecht, ihr seht das hier, der ist jetzt nicht auf richtig rot angekringelt. Auch die Industrieproduktion ist im Moment nicht im vollen Fokus, aber das sind durchaus Werte, Titel, ja, Informationen, die eine gewisse Bedeutung eben haben können. Und nochmal, also 15.15 Uhr, das ist jetzt schon gleich in aller Kürze und um 16 Uhr rechnet bitte nochmal mit ein bisschen Zusatzwackelchancen, wenn das hier deutliche Abweichungen eben entsprechend dann nochmal gibt. So, jetzt gucken wir aber dann nochmal auf die Amerikaner, nicht nur hier über die Daten quatschen, sondern jetzt wollen wir auch sehen, was passiert. Bis jetzt, da ist der Nasdaq, hätte ich fast gesagt, das ist der Dow Jones YM hier, in dem Fall der Future, also der ist ebenfalls so ähnlich wie der DAX jetzt hier schön nach oben gestiegen und deshalb die Erwartungshaltung ähnlich. Und ihr seht hier noch meine alte Skizze, ich habe sie bewusst nochmal gelassen. Also, dieser Anstieg, okay, wunderbar, jetzt wackele ich runter, das wäre die Bedingung, wenn wir da so ein bisschen korrekturmäßig kriegen, um nochmal eine Fortsetzung und dann erst wird entschieden, ob der Kurs dann nicht nochmal einen Anlauf nach unten nimmt, denn es ist durchaus realistisch, dass das, was hier vorne ja noch unaufgeräumt hier liegt, mit einer ABC-Garnierung in der Mitte sich nochmal in die Abwärtsbewegung hier weiter mündet. Also, das Thema ist noch nicht durch. Das ist ein bisschen anders beim DAX, denn der DAX hat, wenn wir hier mal so gucken, schon irgendwie so eine abgeschlossene Korrektur jetzt hier gerade fabriziert. Wenn wir das gleiche mal beim Dow Jones angucken, dann ist das weitaus weniger offensichtlich. Klar, es gibt diesen, ich habe hier nochmal den alten Fall eingezeichnet, dass es stark hier überschießt und mit einem Schlag nach unten sich auflöst. Je impulsiver es hoch geht und je wackeliger es nach unten geht, umso besser. Das ist dann vielleicht so ähnlich wie hier, manche sagen v-förmige Erholung dazu. Das ist nichts Untypisches, im Gegenteil, diese Art der Korrekturen, die gibt es regelmäßig. Fast die Hälfte aller Korrekturen sehen irgendwie so aus. Das ist also jetzt nicht irgendwie ein ganz außergewöhnliches Szenario. Wäre hier auch denkbar. Deshalb muss hier auf halber Höhe irgendwo nachgedacht werden, ob dann wirklich der Dreh nochmal nach unten kommt, ob der Kurs dann Schwäche zeigt. Wenn er hier dann eben nicht wackelig nah auf der Abwärtsseite, daran kann man einfach gucken. Ich mache das hier mal. Dann können wir das mal exemplarisch durchgehen. Also die Idee wäre so ein bisschen ABC oder wackelig runter und dann die nächste Aufwärtsbewegung. Und die können wir ja so ein bisschen dimensionieren. Die müsste ja ähnlich groß sein wie das, was wir da haben. Und da, das ist quasi hier dieser Balken, den ich gemalt habe, da wird dann eben entschieden, was passiert. Und jetzt können wir gucken, solange diese Aufwärtsbewegung, wenn kleine Rücksetzer, aber wenn dann eben wackelig auf der Unterseite haben, ist die Welt super in Ordnung. Nur, wenn wir steile Abwärtsbewegungen haben und wackelig nach oben, dann ist das ein Zeichen für einen vorläufigen Dreh, der dann eben auch locker nochmal weitergehen kann, um dann dieses Bild dann hier eben zu vervollständigen. Ihr seht, das ist ein ewiger Ringeltanz. Einige sagen, die Charttechnik kann doch sowieso nichts. Das sind doch die Fundamentaldaten. Naja gut, das geht Hand in Hand, denn genau diese Marken werden typischerweise dann angepingt, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Und wenn dann die Reaktion der Marktteilnehmer stark nach oben ist, hey, dann ist die Entscheidung gefallen und die Abwärtsseite vorläufig obsolet. Aber wenn die Leute auf eine Nachricht dann negativ reagieren, dann ist das eben das Zeichen, oh, vorsichtig, jetzt sind sie sehr anfällig für dieses typische Verhaltensmuster, dass das eben nochmal nach unten kommt. Also das ist keine Vorhersage, was als nächstes passiert, sondern das Lesen der Ist-Situation sozusagen. Das heißt, wir sitzen im Restaurant, gucken, was hat der Nachbar und dann können wir sagen, das würde ich auch gerne. So kann man das ein bisschen auffassen und einschätzen, wie man mit dem Markt umgehen sollte. Also die Kuh ist noch nicht vom Eis, zumindest in Amerika nicht. Das ist beim S&P 500 grundsätzlich nicht anders. Dann ist hier der entsprechende Future ES dazu, also S&P 500 ebenfalls so ähnlich wie das, was wir eben gerade beim Dow angesprochen hatten. Und dann haben wir natürlich noch den Nasdaq. Und wenn wir uns hier mal die Aufwärtsbewegung angucken, dann sieht das doch deutlich harmloser aus, wenn das nicht sogar eine ABC wird. Also ich sage mal, wenn der Kurs hier unten durchgeht, das ist ungefähr die 13.000er Marke, beim Future wohlgemerkt, dann sollte man sich echt die Frage stellen, sag mal, aber wirklich bullisch seid ihr tatsächlich noch nicht. Und das würde sogar dann das Niveau, was wir hier oben haben, hier im Tageschart, nämlich die 12.200, ganz grob, darf auch noch tiefer gehen. Ich weiß, das hören viele nicht gerne, habe ich ja jetzt nicht erfunden das Ganze, sondern das sind halt so typische Bewegungsabläufe. Das ist so wie beim Strafstoß, hätte ich fast gesagt, bei einem Freistoß, da weiß auch jeder sofort, ah, Mauer bauen und typischerweise versucht er so und so. Das sind halt so Standardsituationen im Markt und die kann man eben auch als Händler immer wieder spielen und dementsprechend gucke ich da immer wieder ganz gerne drauf. Ich gucke auch ganz gerne mal zwischendurch auf die Märkte, dafür biete ich euch zwei Sachen an, die ihr unbedingt euch mal angucken solltet. Das eine ist der Trade des Tages, da gebe ich immer dann, wenn ich was super spannend finde und mit konkreten Marken beziffern kann, dann eine Trading-Idee vor. Das kann man zum Nachgucken, zum Nachfiebern, Mitfiebern oder eben auch zum selber Ausprobieren mal, also sehe ich das genauso, nutzen, also meldet euch da an, das kostet ja nichts. Und es gibt die Möglichkeit bei Born for Trading mitzumachen, dort habt ihr die Gelegenheit dann auch Videobeiträge oder sowas, mal Intraday, zwischendurch einfach mal mitzubekommen, um Fragen beantwortet zu bekommen und so weiter. Also das Ganze dann auch noch aufs Smartphone. Wie gesagt, auch das erstmal kostenfrei und völlig unverbindlich. Um Himmels Willen, ihr müsst ja jetzt keine Sorge haben, um Himmels Willen, was passiert da. Aber schaut euch das ruhig mal an und kriegt ein paar Zusatzinformationen. Vielleicht ist da ja für euch ja was mit dabei. So, in diesem Sinne euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ganz liebe Grüße bis nächste Woche an dieser Stelle. Macht's gut.